hallo freunde herzlich willkommen bei den afc bros wir machen heute das reparatur video vom rockwarrior 2 der vorgestern etwas in mitleidenschaft gezogen worden ist wie ihr sehen könnt ist hier der komplette querlenker rausgesprungen ist gott sei dank nichts gebrochen und lange rede kurz zu sehen wir fangen jetzt an mit der reparatur so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020